Bevor es losgeht. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Mit Christian Wirröl und Horst von Butler. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin immer noch Horst von Butler. Und ich bin immer noch Christian Wirröl. Das kann ich bestätigen. Und unser Kanzler ist immer noch Olaf Scholz. Und auch das kannst du bestätigen, denn du hast diese Woche Olaf Scholz getroffen. Du hast ihn interviewt über Sicherheitspolitik, über Wirtschaftspolitik. Das Gespräch hat für Schlagzeilen gesorgt. Und ich sage nur mal als Stichwort, diese Debatte ist peinlich und lächerlich. Die anderen Themen heute sind nicht lächerlich oder peinlich, sondern hart und konkret. Denn es gab viele Zahlen, die für Aktionäre wichtig sind und auch ein bisschen so den Weg durch das Jahr weisen. Der Luxuskonzern und Gucci-Eigner Kering hat eine Gewinnwarnung herausgegeben und entsprechend ging die Kurse runter. Die Frage natürlich, was wird aus Luxus? Was ist da los? Und dann, lieber Christian, like I send the sunshine. Ja, wenn du anfängst zu singen, dann nogger ich dir einen. Besser als wenn du singst. Ja, auf jeden Fall. Es gab eine spektakuläre News von Unilever. Die wollen nämlich ihr Eisgeschäft rund um Ben & Jerrys Magnum Cornetto loswerden. Sie wollen sich davon trennen. Wie? Das ist noch nicht ganz klar. Aber es heißt wieder mal, die Synergien seien zu gering. Darüber reden wir, weil Abspaltungen ja sowieso im Trend liegen. Eine Abspaltung steht konkret bevor am 1. April. Kein April-Scherz. 3M wird das Gesundheitsgeschäft verselbstständigen. Da findet ein Spin-Off statt unter dem wunderbaren Namen Solventum. Das hat wieder so eine Agentur für ganz viel Geld erfolgt. Vielleicht 3 Millionen Dollar für bekommen, dass man Solving und Momentum zusammengefasst hat. Und jetzt schon wieder so einen völlig inhaltsleeren Kunstnamen gefunden hat. Ein bisschen so wie, was wir letzte Folge hatten, noch Canview. Genau. Also Solving steht ja auch für Lösen und das andere für Momentum. Ob das jetzt wirklich eine Lösung für 3M ist und damit auch für die Aktionäre, wollen wir heute klären. Aber bevor wir über den Kanzler sprechen, lieber Christian, ein paar kurze, schnelle Runden und ein paar Quick-Takes zu einigen Themen, die sonst noch vergangene Woche für Schlagzeilen gesorgt haben. Japan. Wir haben darüber gesprochen. Ja, nach dem Rekordhoch des Nikkei gab es das erste Mal wieder positive Zinsen. Ich glaube, die erste Zinsanhebung nach 16 oder 17 Jahren, die waren ja negativ seit 2016 oder 2017 0,1 Prozent. Ist jetzt symbolisch oder ist es wirklich auch so eine Wende, wo man noch intensiver nach Japan schaut? Ja, es ist halt jetzt wirklich erstmal symbolisch, weil es ein kleiner Schritt ist, der aber dann an den Zahlen... Ein kleiner Schritt für die Menschheit. Ja, ja, aber dann in den Zahlen halt was ändert. Nichtsdestotrotz, wir haben weiterhin dieses riesige Zinsgefälle gegenüber dem Rest der Welt. Das ändert jetzt erstmal nichts. Ist aber vielleicht ein Signal, ein Positives für die Währung eher mal. Ich meine nach wie vor, dass man in Japan genügend Argumente findet, dort investiert zu sein, vielleicht sogar mit ein bisschen mehr, als das jetzt der Anteil im FTSE All World oder im MSCI World ist. Dann gab es vergangene Woche den Douglas IPO. Mein Kollege Frank Doll hatte geschrieben, da gibt es für Aktionäre nichts zu holen. Und es lief ja auch mau an, nicht? Ja, also Spanne war 26 bis 30, platziert wurde am unteren Ende der Spanne und am ersten Handelstag ist die Aktie dann gleich nochmal 10% tiefer rausgegangen. Also mich hat es gewundert, dass man die Aktie gleich so abstürzen lässt. Aber der IPO hat natürlich das primäre Ziel erstmal erfüllt. Man hat Geld in die Kasse bekommen, um diese wirklich dramatische Verschuldungssituation ein bisschen zu lösen. Und hätten diese ganzen Private Equity Läden nicht, Douglas, so viel Schulden aufgebürdet, dann würde das Unternehmen eigentlich ganz gut dastehen. Ja, aber es ist natürlich auch ein gutes Signal für die Aktienkultur, dass solche Börsengänge nicht einfach so durchgehen, dass sowas dann nicht gefeiert wird, sondern dass das wirklich ein harter Börsengang war. Wahrscheinlich hätte man ihn normalerweise abgesagt, wenn das Buch so schlecht gewesen ist. Aber das konnte das Unternehmen sich wohl nicht leisten. Für mich ist es so wie so ein Fußballspiel. Ich gucke mir das an, das ist ja interessant, aber ich bin weder mittendrin noch dabei. Und ja, jetzt wird die Aktie einfach wieder in der großen Kiste verschwinden. Wahrscheinlich holen wir sie zu Weihnachten mal irgendwann wieder raus. Wenn du dann für deine Frau Parfum kaufst, dann gucke ich mir auch mal an. Genau, Douglas, die Weihnachtsaktie. Ansonsten, ich meine, ich bin ja bei einer großen Parfümeriekette indirekt investiert, weltweit aktiv, nämlich Sephora, Parfum, Beauty, alles drin. In über 3000 Filialen ist nämlich eine Tochter von, wir müssen sie mal wieder erwähnen, LVMH. Genau. Und es gab einen anderen IPO, der besser lief, Reddit. Wahnsinn, Bewertung habe ich nicht verstanden, aber trifft den Trend der Zeit. Da hat man das gute Fenster getroffen und schauen wir mal, was sie dann daraus machen. Wird sich nicht mal auf Reddit auch zusammengerottet, wenn so, wenn diese ganze GameStop-Quatsch da läuft? Das ist doch auch so die Plattform dafür. Ja, aber gut, der GameStop-Quatsch, der ist ja jetzt erstmal durch. Momentan erleben wir eine andere Zusammenrottung, nämlich die Trump-Fans. Die rotten sich zusammen bei einem Speck, der Truth Social, das Social Network des ehemaligen Präsidenten und wohl künftigen Präsidentschaftskandidaten übernehmen soll. Und das könnte Trump 3,5 Milliarden Dollar auf dem Papier verschaffen, die er gut brauchen kann. Mit einem kleinen Haken, er kann diese Aktien sechs Monate lang nicht verkaufen. Löst also nicht seine Finanzprobleme und bei diesem Speck mitspielen ist natürlich klar. Also mit Speck fängt man Mäuse und da wollen wir doch nicht, dass unsere Hörer da mitmachen. Ebenfalls auf die gedankliche Watchlist, nicht auf die Depot-Watchlist, aber da ist es vielleicht auch, die Klage gegen Apple. Die mussten in der EU ja schon ordentlich zahlen, 1,8 Milliarden Euro. Unter anderem wegen der Benachteiligung von Spotify oder anderen Streaming-Diensten. Ist jetzt ganz interessant. Es wird schon verglichen mit den großen Antitrust-Klagen. Also es gab ja AT&T in den 70er Jahren, Microsoft in den 90er Jahren. Das machen die Amerikaner ja so alle paar Dekaden. Es gibt ja auch andere Klagen bei Amazon, Alphabet. Ich glaube, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen, weil 1,8 Milliarden hat ja auch schon in Europa überrascht, die Höhe dieser Summe, die verhängt wurde. Ich meine, wenn man sich die Gewinne anschaut und das, was sie an Cash horten, kann sich Apple sowas leisten. Aber es könnten eben dieses Service-Geschäft, was wir immer gesagt haben, das wächst bei denen. Das ist eben das, was sich Aktionäre angucken müssen. Genau, da ist dann die Frage, ob das eventuell die Skalierbarkeit dieses Geschäfts, die es unbedingt braucht, um auch die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen, in irgendeiner Form beeinträchtigt. Und generell zeigt es uns nochmal, was diese Plattform-Riesen machen, ist großartiges, hochprofitables, Cash-generierendes Geschäft. Aber auch dort gibt es Risiken und deswegen auch nicht alles auf diese Karte zu setzen. Andere Firmen, wie wir sie ja auch hier bisweilen besprechen, mögen ein bisschen langweilig klingen, sind aber vielleicht aus diesen regulatorischen Themen dann draußen. Und gar nicht langweilig war es diese Woche in Berlin. Und damit sind wir bei unserem ersten Thema. Das Ganze sehen. Ja, kommen wir zu Olaf Scholz. Du hast ihn interviewt diese Woche, gemeinsam mit dem Chefredakteur vom Tagesspiegel auf der großen Tagung der Verlagsgruppe hier Europe 2024. Gemeinsame Konferenz von Wirtschaftswoche, Handelsblatt, Zeit und Tagesspiegel. Und dabei lag natürlich zumindest zum Anfang ein Thema in der Luft, die Taurus-Debatte und dann erweitert zur Sicherheitspolitik. Wie hast du den Kanzler da erlebt? Also es ist ja gar nicht so einfach, den Kanzler zu interviewen. So oft habe ich es noch nicht gemacht. Aber wenn man mit ihm spricht, er lässt gerne seine Gesprächspartner spüren, dass er viel klüger ist. Also er spielt dieses Spiel, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Also zum Beispiel den Aufschwung oder ein Wirtschaftswunder. Und man hat natürlich als Journalist alles nicht verstanden. Und er findet eine fast diebische Freude darin, Fragen zu zerstören. Also wenn man eine gute oder scharfe Frage mal gestellt hat, dann erschlägt er sie durch sehr lange und monotone Antworten, indem er zum Beispiel dann so Formeln wie immer, die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht zu erfahren oder ein Recht auf bla bla bla. Und ja, das ist gar nicht so einfach. Aber diese Woche war es anders. Ja, man hat das aber, was du gerade sagst, so zum Ende erlebt. Da hast du ja die Frage gestellt, wie das denn mit der europäischen Regulierungswut aussehen würde, wie man das jetzt nach der Europawahl irgendwie eingrenzen könnte. Und dann hat er erst mal gesagt, tja, und dann wirklich so drei Sekunden Pause, wo er sich wirklich sortieren musste. Und dann kam ja die Demokratie erledigt das. Und dann habe ich wirklich versucht, der Argumentation zu folgen. Ich bin nur der Meinung, es gab überhaupt keine Argumentation, sondern das versandet dann irgendwie in Sätzen, wo auch nichts ist, wo man jetzt dann angreifen kann. Das legt sich dann so ein bisschen so wie Schleim übers Hirn. Und das war wieder der typische Scholz. Allerdings bei den Themen zuvor. Insbesondere bei der Sicherheitspolitik. Da haben wir mal einen anderen Olaf Scholz erlebt, der vielleicht so im Februar 2022 mal ganz kurz am Rednerpult im Deutschen Bundestag aufgetreten ist, wo er wirklich kämpferisch war. Genau, also bei dem Thema, aber auch bei dem Thema Wirtschaftspolitik und kranker Mann Europas, das sind inzwischen so Trigger, wo er wirklich dann ganz anders reagiert. Wir hätten am Anfang ja nur nochmal gestellt, also eigentlich die Frage gestellt, jetzt dieses berühmte Zitat, Einfrieren des Konflikts, Taurus-Debatte. Und dann sagte er wirklich, diese Debatte sei lächerlich und unpeinlich. Also wir haben wirklich einen lebhaften, angriffslustigen Kanzler erlebt, egal ob es um Taurus, die Wirtschaft oder den Wohnungsbau geht. Und diese scholzige Monotonie, diese amplitudenlose Verkündung der Lage, das war alles verschwunden. Es lag so ein Hauf von Wehrführung bestellt in der Luft, kann man sagen. Ich bin der Kanzler, ich habe entschieden, mit diesen Leitsätzen wird kommuniziert. Und ich habe dann kurz gefragt, dürfen wir vielleicht hoffen, dass diese Zeit des schönen Redens auch vorbei ist? Aber... Naja, also in der Wirtschaftspolitik konnte man das ja jetzt nicht wahrnehmen. Ich habe das auch, man konnte es im Livestream verfolgen, da ging es ja dann um Wohnungsbau. Und das waren auch wieder die üblichen Sätze, ja, ja, wir müssen bauen und da muss mehr kommen und so. Aber er ist ja derjenige, der als Bundeskanzler qua Verfassung die Richtlinien der Politik bestimmt. Und da kommt in diesen Themen zu wenig. Bei der Sicherheitspolitik immerhin, da gab es eine ganz klare Ansage. Die Frage ist nur, inwieweit geht die Ansage nicht auch gegen Teile der eigenen Partei? Oder wie macht die da mit? Genau, eine lebhafte Rhetorik schließt ja noch keine inhaltlichen Lücken. Und nehmen wir jetzt mal diesen Streit um Taurus, da hat er klar entschieden. Dieser Streit hat dieses Prädikat lächerlich bekommen. Er sagt, es wird unsachlich diskutiert. Und ich würde ihm da sogar recht geben. Ich finde, diese Kakophonie ist einfach peinlich. Über Waffenlieferungen wird in diesem Land bisweilen geschnattert, wie in einer WhatsApp-Gruppe, die eine Klassenfahrt organisiert. Das kann doch nicht sein. Also ich finde nichts gegen Transparenz. Aber das ist nicht zielführend. Wir erzeugen damit auch keine Abschreckung, sondern ich finde es blamabel. Und die Fahnen, die hoch und runter gezogen werden, das beklagte der Kanzler, das immer so Befindlichkeitsfahren, Menschen hoch und runter ziehen, finde ich übrigens eine interessante Metapher. Die kommen ja oft aus seiner eigenen Partei. Und aus der Friedenspartei, die jetzt der Rolf Mütze, nicht sein eigener Fraktionschef, wieder dort auf die Bühne führt. Und die Frage wird sein, habe ich mich gefragt, ob vor diesem ersehnten Gerhard-Schröder-Moment, über den oft gesprochen wird, wann gibt es den Ruck, wann gibt es den Durchbruch, gibt es eine Agenda, gibt es Reformen, ob er nicht gleichzeitig oder vorher auf eine Art Helmut-Schmidt-Moment zusteuert in diesem Konflikt, dass er Entscheidungen in diesem Krieg führen muss, bei denen die SPD nicht mehr geschlossen mitzieht. Oder vielleicht steuert er ja wirklich auf einen anderen Gerhard-Schröder-Moment zu, schon mit Blick auf die Wahl. Gerhard-Schröder war ja 2002 gegen Stäuber auch abgeschlagen. Und dann war dieses Nein zum Irakkrieg etwas, was ihn über die Plätze getragen hat, wo er plötzlich sein Thema als Friedenskanzler hatte. Und was zusammen mit der entschlossenen Reaktion dann auf diese Flutwelle dazu beigetragen hat, dass er tatsächlich noch mal wiedergewählt wurde. Und überhaupt erst diese Gestaltungselemente der Agenda 2010 dann umsetzen konnte. Glaubst du, der Kanzler Scholz spekuliert jetzt auf ein ähnliches Profil, dass er sagt, also Friedenskanzler kann das Thema sein, wie er mit Blick auf Ängste in der Bevölkerung jetzt schon was für seine Wiederwahl tun kann, falls dieser Krieg in der Ukraine andauert. Oder denkst du, das ist jetzt wirklich ein einzelnes isoliertes Thema, wo er ganz klar eine Überzeugung hat? Also die Wahl ist ja noch anderthalb Jahre hin und da kann sehr viel passieren. Und da muss man Olaf Scholz alles zutrauen. Ich erinnere noch daran, als er bei 11 Prozent in den Umfragen lag. Ich war damals, da war noch Finanzminister, da war ich mit ihm ja auch in Washington. Und er hat uns seine Strategie damals dargelegt. Ich weiß noch, wie er sagte, die Deutschen sind noch in den Sommerferien. Wenn die zurückkommen, werden sie feststellen, dass Angela Merkel weg ist das erste Mal. Und dann werden sie sich umgucken, wer da als nächstes kommt, der so ein bisschen Weltbühne und Geopolitik kann und praktisch das Auenland erhalten. Und dann werden sie Olaf Scholz sehen. Und dann gibt es Merkel mit Plan. Das war sozusagen seine Formel. Und die ist aufgegangen. Natürlich ist auch einiges dazwischengekommen. Ich glaube, Markus Söder hatte seinen Anteil. Wir wissen es, der Lacher bei der Flut von Armin Laschet. Aber man muss mit allem rechnen. Was ich nur mitgenommen habe, und ich habe jetzt ja Robert Habeck erleben dürfen, den Kanzler erleben dürfen, und ich habe ja auch immer wieder Austausch mit Christian Lindner. Aber ich habe das Gefühl, die Ampel hat kein großes Gestaltungsprojekt mehr. Also sie überlegen jetzt noch, dieses Reformen zu machen, Reformbooster. Das ist so. Aber eigentlich sind die froh, wenn die den gemeinsamen Haushalt hinkriegen. Es gibt insgesamt in der Ampel ein weit verbreitetes Gefühl, dass dieses Projekt eigentlich, Projektampel, nicht funktioniert hat. Und alle hoffen auf den Aufschwung. Also das nächste Jahr diese 1,5 Prozent. Also wenn sich endlich dieser Mehltau legt und man nicht mehr darüber schreibt und sich nicht alle zwei Tage irgendein BDI-Präsident oder DIHK-Geschäftsführer zu Wort meldet und sagt, dass dieses Land in den Bach runtergeht, dass die Stimmung steigt, dass wir vielleicht ein Sommermärchen bei der EM erleben. Also wir spielen gut. Nächstes Jahr kommt der Aufschwung. China erholt sich. Und dann sieht alles ganz anders aus. So, das ist ein Kalkül. Ob das aufgeht, weiß ich nicht. Es ist nicht absurd. Es ist ein Szenario. Aber wir müssen ja als Investoren immer in Szenarien denken. Ein Szenario hat ja, glaube ich, kaum jemand auf der Agenda. Nämlich, dass der DFB sich tatsächlich gegen Adidas entscheidet. Nach 70 Jahren wechselt man den Ausrüster. In drei Jahren wird es dann Nike. Wie fandest du vergangene Woche diese Diskussion? Also Standortpatriotismus? Oder sagst du, die sollen ein BDI-Geschäft machen? Ich fand das geil. Plötzlich entdecken Leute wie Habeck, die ja schon früher gesagt haben, ich habe mal so ein Problem mit Schwarz-Rot-Gold. Das sagt mir irgendwie nichts. Der dann so verschwurbelt mal in einem Buch versucht hat, linken Patriotismus zu definieren. Entdeckt er Standortpatriotismus? Da frage ich mich, wo ist dieser Standortpatriotismus bei der Energieversorgung beispielsweise mit Blick auf die Abwanderung der deutschen Industrie? Da ist nichts. Das wird jetzt hier so diese diese pseudopatriotischen Krokodilstränen für eine marktwirtschaftliche Entscheidung eines Verbandes, der in allerhöchster Not ist. auch, weil man die letzten Jahre nicht mehr sich mit der Kernkompetenz, das Rundemuss ins Eckige beschäftigt hat, sondern weil man rundherum irgendwelche Nebenkriegsschauplätze bedient hat, die dann auch die Identifikation mit dieser wahre Die-Mannschaft dramatisch haben fallen lassen. Ich würde dir zustimmen. Und wenn man 100 Millionen oder mehr als 100 Millionen kriegt statt 50 Millionen, muss man zuschlagen. Und Tradition schießt auch keine Tore. Ich kann die Nostalgie ein bisschen verstehen, aber ich habe einen anderen Aspekt. Diese grenzenlose Gier in diesem Fußballbusiness, die geht mir schon ein bisschen auf den Keks. Also ob jetzt FIFA oder irgendwelche anderen Verbände, alle Sponsorenverträge werden Jahr für Jahr nach oben geschraubt. Es ist also die... Hast du mal versucht? Weißt du, was ein Ticket inzwischen kostet? Naja, also ich habe es noch letztens ja bei Fortuna Düsseldorf schon gesehen. Und ich meine, das ist zweite Liga und dann auch noch gegen den HSV. Und das hat, glaube ich, für meinen Sohn und für mich oben im Familienblock irgendwie 80 Euro gekostet. Also bevor wir jetzt nochmal zum HSV kommen, wir müssen zum nächsten Thema kommen. Ich sehe gerade 3M und Unilever. Halt mir einfach nur fest. Es war interessant, wie der Kanzler in einem anderen Modus geschaltet hat. Und das haben ihm auch seine Berater gesagt. Er muss anders kommunizieren. Und wenn er das tut, ist das ja richtig. Also ich glaube, dieses Land ein bisschen in ein Energiefeld entzünden oder aufbauen, ein bisschen hier für Leben an der Bude sorgen. Es muss dann bloß auch der Inhalt danach kommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, und ansonsten, wir behalten im Hinterkopf Oprah ain't over until the fat lady sings. Und das Spiel ist dann wirklich erst am Wahlabend. Und gucken wir mal. Genau. Und kommen wir jetzt zu den Post-its. Das liegt im Trend. Ja, wir haben vergangene Woche über Übernahmen gesprochen. Aber dieses Firmenmonopoly läuft ja auch in die andere Richtung. Das heißt, große Konzerne, die ja oft große Gemischwarenläden sind, die filetieren sich, sie spalten Teile ab. Und manche machen das erfolgreich und manche machen es nicht so erfolgreich. Es gibt viel Anlass für Case Studies, aber auch immer viel zum Nachdenken für Aktionäre, wenn so etwas passiert. Und dann macht das ein Unternehmen, ja, das taucht da auch immer in deinen Listen auf, Christian, der Dividendenzahler. Aber es hat arg zu kämpfen seit einigen Jahren. Ja, wir reden über 3M. Und das ist kein... Das die meisten nicht kennen, glaube ich. Das ist ja Minnesota Mining, ja, aber inzwischen halt wirklich nicht nur das Unternehmen, was die Post-its herstellt, sondern ein Riesenkonzern mit, ich habe es nochmal nachgeschaut, insgesamt 60.000 Produkten, knapp 15.000 aktiven Patentfamilien. Und es gibt wohl keine Branche, wo 3M nichts im Angebot hat. Und das global. Also da reden wir über Sitzbezüge für Autos, Etiketten, Folien, Füllstoffe, Isoliermaterialien, Schmiermittel, Schleifmittel, Atemschutzmasken, Wundauflagen, Flaschenzüge, Filter, Baustoffe, Schutzbrillen, Ohrstöpsel und, und, und. Das hast du aber wirklich ganz toll fehlerfrei gesagt. Du solltest Rapper werden. Ja. Das klang fast so wie Fanta 4. Ja, es gibt zu wenig Aktionäre, die einen solchen Aktionärsrap auch kaufen werden. Aber das ist schon, ich habe mal so ein paar Case-Tilies über die gelesen, die waren schon über Jahre und Jahrzehnte wirklich sehr innovativ. Die hatten sehr findige Leute, die immer in diesem Bereich schon so wirklich so tolle Erfindungen gemacht haben, was man ja normalerweise eher so von deutschen Unternehmen kennt. Ja, das ist so ein Tüftler-Unternehmen. Die haben ja auch in Deutschland eine sehr, sehr starke Einheit und es werden ja auch in Deutschland Patente von denen eingereicht. Es ist ein großartiges Unternehmen im Kern, aber Diversifikation eben in allen Ehren, nur irgendwann wird es vielleicht auch Diversification. Es wird dann schlechter. Wenn es zu viel wird, ist es ein Bauchladen und der ist schwer zu managen. Das gilt ja genauso gut für das eigene Aktienportfolio. Wenn man alles kauft, was heute mal hier, morgen da empfohlen wird, was man hier sieht, was man dort sieht, dann hat man irgendwann kein System mehr drin. Dann muss man sich mal wieder hinsetzen und sagen, okay, wo muss jetzt was weg? Und dieser Druck ist bei 3M auf jeden Fall da, weil man insbesondere nicht mehr wächst. Schon ganz oben Umsatz 2023 auf dem selben Niveau wie 2020 oder 2014 32,5 Milliarden. Die Rohmarge ist in den letzten sieben Jahren von 50% auf 43% erodiert. Und wenn du ganz oben schon weniger hast, dann kommt natürlich auch weniger beim Ergebnis die Aktie raus. Und es gibt komplexe Rechtsfälle, diese berühmten Ewigkeitschemikalien, ja auch ein Begriff, den man seit einiger Zeit erst mal lernen muss. Da gibt es halt verschiedene Anstrengungen, diese zu verbieten, was ganz viele Branchen und Unternehmen betrifft. Und es gibt bei Ohrstöpseln für das Militär gibt es eben auch Klagen. Einige sind beigelegt, aber die Milliardenzahlungen belasten eben über Jahre hinaus den Free Cashflow. Und der stagniert im Gegensatz zur Dividende. Deswegen ist das ja auch ein Dividenden-Aristokrat seit zehn Jahren. Ja, und das Einzige, was wirklich bei 3M über die Jahre gut gewachsen ist, das sind die Schulden von 4,3 Milliarden Dollar 2013 auf 18 Milliarden in 2020. Jetzt sind es immer noch 13,6, aber auch das ist jetzt nicht gefährlich, aber es ist ganz ordentlich. Fakt ist, das Unternehmen ist so ein bisschen in dieser Dino-Situation viel zu groß, um sich noch vernünftig bewegen zu können. Deswegen auch der Aktienkurs kräftig eingekrackt. Von 250 Dollar im Jahr 2018 kommen wir zeitweise unter 100 Dollar. Und wenn wir uns das von der Bewertung anschauen, früher hat man eine 3M mal bewertet mit dem 17-, 18-, 19-fachen Gewinn, jetzt nur noch mit dem 11-fachen Gewinn. Das ist ein Misstrauensvotum, aber auch zu Recht. Genau, also operativ ist das schwer zu drehen. Deswegen gibt es jetzt diese Selbstfiletierung und die sogenannten zeitgeistigen Geschäftsfelder werden zu einem neuen Unternehmen zusammengefügt und das wird dann an die Aktionäre verteilt. Und das ist jetzt die entscheidende Frage, wenn man 3M hat, was soll man da tun? Es gibt ein Spin-Off am 1. April für je vier gehaltene 3M-Aktien gibt es eine Solventum-Aktie ins Depot gebucht. Danach hält 3M noch knapp 20%, also ein Fünftel, die über die Zeit verwertet werden sollen. So, Solventum, was kriegt man denn da? Ganz wichtig ist vielleicht, dass wir erstmal eins nochmal feststellen, das passiert automatisch. Man muss also nichts dafür tun, man muss keine Formulare ausfüllen. Es ist nicht wie damals bei Johnson & Johnson oder Canview, wo man sich entscheiden musste. Da kann man sich jetzt nicht gegenwählen. Also es gibt keine Post nach Hause, keine E-Mail. Das ist beschlossen und es sollte auch steuerneutral über die Bühne gehen. Das kann auch sein, dass das zunächst mal bei einer Bank falsch gebucht wird, dass dann doch Steuern abgezogen werden. Dann gibt es hinterher Korrekturbuchungen. Das ist immer ein bisschen abenteuerlich und unterschiedlich je nach Bank, wie diese Besteuerung geregelt ist. Aber es sollte eigentlich steuerneutral sein, auch für den deutschen Anleger. So, dann habe ich Solventum im Depot und jetzt gucken wir mal auf dieses Unternehmen. Da muss man ja neu auf dieses Unternehmen schauen. Genau, das ist also ein zusätzliches Unternehmen, was man reinkriegt. Unternehmen, was immerhin rund 8 Milliarden Dollar Umsatz macht. Das ist etwa ein Viertel von 3M. Es hat in den letzten zwölf Monaten etwa 25 Prozent operative Marge gemacht. 3M in den letzten Jahren immer so zwischen 15 und 20 Prozent insgesamt. Das heißt, hier wird tendenziell das höhere marschige Geschäft verselbstständigt. Und wir haben in den letzten Jahren 1,4 Milliarden Free Cash Flow jedes Jahr gesehen. Das ist ordentlich. Allerdings haben Sie jetzt schon gesagt, in diesem Jahr wird der Free Cash Flow wegen dieser ganzen Umbaumaßnahmen nur die Hälfte sein. Und nach vorne gibt es noch keine längere Guidance. Bevor du zu deinen drei Punkten kommst, kurz, was ist denn Solventum eigentlich? Die haben vier Segmente Medical Surgery, also Wundversorgung, Hygiene, OP-Besteck, Pflaster, Elektroden. Das sind so gut die Hälfte vom Umsatz. Als Arzt muss ich natürlich auch die Stethoskope erwähnen, die dann mit dabei sind. Also ganz viel, was so einfach medizinische Verbrauchsartikel ist. Es ist kein Hightech, aber du brauchst es immer wieder im Krankenhaus. Genau. Es kann sein, dass manche von uns 3M ein Gebiss haben. Also wir machen dentale Sachen, Füllungen, Zahnschienen, Zahnzement. Das sind 16% vom Umsatz. Informationssysteme für Krankenhäuser und Arztpraxen auch 16% vom Umsatz. Und dann Reinigung und Filtration, nicht Infiltration, sondern Filtration. Also Membrane, Filtertechnik, Bioprocessing. Also das ist 12% vom Umsatz. Und die Hälfte ist, also gut, die Hälfte ist US-Anteil. Also eigentlich, das klingt ja erstmal auf den ersten Blick nicht so schlecht. Auf der anderen Seite gibt es ja auch bei vielen dieser Produkte, habe ich auch ein paar Wettbewerber sofort im Kopf. Ja, ja, du hast Wettbewerber. Und das ist dann eigentlich so schon der erste Punkt. Es ist ja tendenziell wachstumsstärker und höher, margiger als der verbleibende Rest von 3M. Aber nicht nur 2024 wird ein schwieriges Jahr, wo man sogar sagt, also der Umsatz kann organisch sogar leicht sinken. Free Cash Flow wird sich halbieren. Sondern das ist generell nicht so das Geschäft mit den ganz hohen Wachstumsraten. Man kann das mit schönen Narrativen aufladen. Aber mehr als 4-5% organisch ist auch da nicht drin. Man wird gucken müssen, dass man das ergänzt durch Übernahmen beispielsweise. Dass man in so einer Einheit auch wieder stärker sich als Unternehmen entwickeln kann, als das in diesem Koloss der Fall war. Erinnert so ein bisschen an Fresenius Medical Care, also diese Ausrüster so ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen was dabei. Es ist aber auch ein bisschen was so bei diesen ganz einfachen Produkten von Paul Hartmann dabei. Was jetzt auch nicht unbedingt so ein riesen Bursenstar ist, sondern wirklich eher Value-Ecke. Und wenn wir darüber reden, dass diese Story ja jetzt irgendwie mit Leben gefüllt werden muss, man vielleicht Deals machen könnte, haben wir ein Problem. Da sind wir beim zweiten Punkt. Und das ist die Mitgift, ja. Die ist nicht so gesund. 8,3 Milliarden Long-Term Debt, also mehr als das dreieinhalbfache des EBDA. Du guckst ja immer sehr auf die Verschuldung auch, haben wir ja auch mehrmals erwähnt, dass Schuldenlasten mit den höheren Zinszeiten einfach ein ganz anderes Thema sind, als es die vergangenen zehn Jahre war. Man muss auf die Schulden gucken. Ja, und es wird natürlich jetzt darum gehen, diese Schulden erstmal zurückzuführen. Anders bei Douglas gibt es ja hier keinen Erlös fürs Unternehmen, sondern die Aktien werden einfach verteilt. will heißen, Schuldenrückführung steht vor Dividende. Deswegen gibt es auch da noch keine klare Aussage zur Dividende zum Zeitpunkt des Spin-offs. Man sollte sich einfach mal darauf einstellen, dass 3M, die Aktien, die man dann noch hat, plus Solventum in Summe vielleicht weniger Dividende zahlen werden, als heute diese 3M insgesamt. Also so eine starke Umstrukturierung ist auch für ein Unternehmen, was ohnehin Probleme hat, eine ganz gute Möglichkeit, dieses Thema Dividenden-Aristokrat und die damit verbundenen Erwartungen auch mal loszuwerden. Und damit sind wir beim dritten Punkt im Kurs, nicht? Ja, also es muss sich ja erstmal der Preis für so eine Aktie finden. Es gibt ja keine Bookbuilding-Spanne oder sowas, wie man sich bei einem Börsengang dann ja orientieren kann, wie jetzt bei Douglas, sondern das findet sich am Markt. Wir sehen immer, wenn die Aktie in die Notierung geht, aber noch nicht richtig handelbar ist, wird sie häufig bei einem Spin-off zu hoch gepreist. Und dann pendelt sich das irgendwie so ein. Viele wollen es ja dann auch loswerden. Dann kann der Kurs auch mal durchsacken. Also ich sehe wegen dieses doch recht mauen Ausblicks da nicht mehr als das 14-fache der Gewinnprognose fürs laufende Jahr. Und da sind wir bei 6,25 Dollar. Was machst du jetzt als Aktionär? Ja, was ich als Aktionär mache, ich werde es erstmal halten und gucke mal, was sich dann tut. Also wenn die Kurse drastisch runtergehen, sodass wir in den Bereich um 60 Dollar kommen, das würde dann ein 10er KGV für dieses Jahr implizieren, würde ich wahrscheinlich etwas nachkaufen. Wenn es eine unvernünftige Bewertung mit einem 20-fachen Gewinn geben würde, würde ich es sofort raushauen, so wie ich es bei Sandos dann irgendwann gemacht habe, als der Kurs wirklich nach oben abgehauen ist. Generell werde ich aber das Engagement in diesem Komplex 3M Solventum nicht ausbauen. Ich bin lange dabei, habe aber nie nachgekauft. Und insofern ist das sukzessive weniger geworden prozentual in Relation zum Gesamtvermögen. Und ich möchte erstmal gucken, ob das denn jetzt in beiden Unternehmen besser funktioniert. Ich kaufe dann lieber notfalls später höher, aber mit besserem Gefühl nach, als jetzt irgendwie so in der Hoffnung, naja, das wird schon und jetzt sind die beweglicher. Und 3M kriegt ja auch einen neuen Chef mit Bill Brown, der vom Rüstungshersteller Eldra Harris Technologies kommt. Sondern das ist bei mir on hold. Die haben jetzt wieder eine Chance, auch operativ was zu bewegen, aber das müssen sie jetzt auch mal zeigen. Wenn wir jetzt mal generell über Spin-offs sprechen, und das ist ja nochmal so ein Thema, um das jetzt abzuschließen, das kommt ja immer wieder auf Aktionäre zu, nicht? Also was, wie man sich da verhält. Ja. Und da gibt es ja vielleicht so ein, zwei Faustformeln, die du auch nochmal mitnehmen kannst. Also wird da an die Wert geschaffen oder nicht? Gibt es da so Erfahrungswerten? Wir haben es ja immer und immer wieder, Kellogg, wir sprechen gleich auch noch über Unilever. Also die letzten Spin-offs, die wir ja teilweise auch hier besprochen haben, die haben Spaß gemacht. Das Nordamerika-Geschäft von Kellogg, die ja inzwischen Kellanova heißen, auch so ein lustiger Name. Ich mache, glaube ich, so eine Agentur auf, wo ich Namen für Spin-offs erfinde. Ja, dann machst du aber keinen Podcast mehr, weil dann sitzt du irgendwo in den Bahamas mit Rum und sowas. Ja, das ist hervorragend. Also Kellanova bin ich ja auch noch dabei. 34 Prozent hat diese Abspaltung zugelegt. Dann hatten wir beispielsweise bei Dennerhab dieses Wassergeschäft. Das hat immerhin fünf Prozent zugelegt. Und wir hatten bei Novartis die eben schon erwähnte Abspaltung von Sandoz. Und auch da haben wir in Franken sogar mehr als 20 Prozent Gewinn gesehen. Und das zeigt zunächst mal, ja, das, was wissenschaftliche Studien häufig berichten, nämlich dass Spin-offs Wert schaffen, das scheint zu stimmen auf Basis kurzfristiger anekdotischer Evidenz. Wenn wir aber dann mal auf Indizes gucken in den USA, lässt sich das zumindest für die letzten zehn Jahre nicht mehr nachvollziehen. Es gibt da tatsächlich einen S&P-US-Spinoff-Index. Wusste ich auch nicht, was es alles gibt. Ja, da gibt es sogar einen ETF drauf in den USA, wo immer diese neu imitierten Abspaltungswerte dann für eine gewisse Zeit drin sind. Der hat in den letzten zehn Jahren 130 Prozent zugelegt. Da kann man ja erstmal sagen, ach, ist toll. Aber der gleichgewichtete S&P 500 hat 160 Prozent gemacht und die Small Caps, wir haben ja eigentlich eher kleinere Werte, 118. Also man kann da nicht von einer wirklich in den letzten zehn Jahren systematischen Überrendite der Spin-offs sprechen. Man kann nur sagen, es ist ein spannendes Spielfeld sicherlich für aktive Investoren und damit auch für aktive Fonds. Du hast auch einige Produkte rausgesucht, in die man dann investieren könnte. Also es gibt Fondsmanager, die sich darauf spezialisieren. Ja, es gibt jetzt wirklich einen, der auch bei uns in Deutschland verfügbar ist, nämlich der Keynote-Spinoff-Fonds, der sowohl in abgespaltene Aktien geht, als auch in die Muttergesellschaften, als auch in Unternehmen, bei denen der Spin-off angekündigt ist. Ist ein sehr junger Fonds, erst im Juli letzten Jahres gestartet, erst 18 Millionen Volumen, 1,2 Prozent Gesamtkostenquote. Aber man muss mal sagen, die machen bislang einen guten Job mit plus 34 Prozent. Es ist besser gelaufen als der MSCI World. Aber die wirkliche Nagelprobe für dieses Segment Spin-offs steht natürlich noch bevor, wenn es mal an den Märkten nicht mehr so schön läuft, ob man dann wirklich da mit einer Auswahl dieser Spin-offs eine Outperformance generieren kann. Es ist etwas, wo ich nicht engagiert bin, was ich mir aber einfach angucke, weil ich schon glaube, dass dieses Thema Unternehmensmonopoly, das Neuzusammensetzen von Unternehmen, uns über die nächsten Jahre begleiten wird, auch im Kontext dessen, was wir in der letzten Folge hatten, nämlich Private Equity. Man muss dann glaube ich immer schauen, diesen Reste-Rampen-Check machen. Also ist das wirklich ein Unternehmen, also wie vor 20 Jahren Infineon, also was einfach alleine besser dran ist, was ein blühender Konzern dann wird. Oder ist das auch Lanxess oder so, gibt es ja diese Beispiele, die dann wirklich alleine besser gewachsen sind. Oder ist das halt ein, ist das BenQ, also ist das die Handysparte, die man loswerden will, die keine Chance mehr hat. Aber die Reste-Rampen können was werden. Und ein ganz prominentes Beispiel dafür ist die Hypo-Vereinsbank, die vor über 20 Jahren mal ihr Immobiliengeschäft abgespalten hat. Und das wirklich so als Reste-Rampen haben wollen. Die Aktie wurde ein Highflyer über Jahre. Dummerweise ist sie dann so richtig abgestürzt und hat die Finanzkrise nicht überlebt. Die Rede ist von der Hypo-Real Estate. Die wurde damals auch als Beispiel für eine gelungene Abspaltung angesehen. Denn das hat eine Zeit lang funktioniert, aber dann doch nicht. Also ganz viel anekdotische Evidenz dabei. Also und jetzt kommen wir zu unserer letzten Abspaltung und jetzt wird es nochmal süß und lecker und kühl. Lecker durfte ich übrigens immer nicht sagen als Kind, aber wir schauen jetzt trotzdem auf Unilever. Eine Frage der Größe. Unilever muss sparen und als Teil dieses Programms, des Sparprogramms, wird das Eiscreme-Geschäft in eine eigenständige Firma überführt. Und diese Abspaltung und dazu können ja Marken wie Lagnese, Magnum, aber auch Ben & Jerry's, die hat man mal gekauft. Die soll bis Ende nächsten Jahres, also 2025 abgeschlossen sein. Das haben sie vergangene Woche mitgeteilt. Unilever ist ja ein Konglomerat mit ganz vielen Marken. Man kennt es von AX-Deo, man kennt die Waschmittel. Sie wollen dadurch einfacher und fokussierter werden, sagen sie. Immerhin 8 Milliarden, 13 Prozent vom Umsatz, wandern jetzt hier raus. Außerdem hat Unilever angekündigt, 7.500 Stellen zu streichen von weltweit 128.000. Die Kosten sollen gesenkt werden um 800 Millionen und der Firmenchef Hein Schumacher hat angekündigt, schon vor einigen Monaten, dass man sich auf die 30 Kernmarken konzentrieren will, die 70 Prozent der Umsätze ausmachen. Davor war das, unter seinem Vorgänger war das Portfolio auf über 400 Marken angewachsen. Ja, Unilever ist ja tatsächlich, wir haben ja über Danone geredet, wir haben über Nestlé gesprochen. Also diese Unternehmen mit diesen vielen alten, bekannten Marken, die einerseits stark sind, aber die haben immer wieder diese Herausforderungen. Also wir haben hier über das Problem der Eigenmarken gesprochen, Zeiten von Inflation, dass die Supermärkte immer mehr auf Eigenmarken gehen, Preissensibilität. Wir haben über Preissetzungsmacht gesprochen und wir haben natürlich auch über neue Player gesprochen, die irgendwie in neue Segmente, dieses Novel Food gehen, gesündere machen, besser machen. Ich finde, das ist ja wirklich sehr interessant. Bevor wir jetzt in die Analyse gehen, vielleicht noch so ein kleiner, interessanter Kommentar aus dem Lex der FT. Die haben geschrieben, Abspaltungen funktionieren besonders gut, wenn das ursprüngliche Firmengeflecht den Wert eines oder mehrerer echter Juwelen verschleiert. Das ist bei der von Unilever vorgeschlagenen Ausgliederung seines Speiseeisgeschäfts nicht der Fall. Statt einer höheren Bewertung könnte die Ausgliederung lediglich den Appetit der Anleger auf mutigere Maßnahmen im aufgeblähten Portfolio des Konzerns steigern. So, jetzt mal ein kleiner Deep Dive in dieses Eisgeschäft, was ja sehr saisonal ist und sehr speziell ist. Deswegen ist es auch eine besondere Abspaltung. Ja, weil es hat natürlich auch besondere Logistik-Schwierigkeiten. Ja, Eis zum Kunden zu bringen, ist jetzt mal nicht so leicht wie Waschmittel oder Duschgel. Es ist Melting Away, das war die zweite Zeile, die ich nicht singen darf. Genau, es ist Melting Away und das sieht man auch. Und Melting Away ist da sonst auch noch einiges. Die Marge ist hier deutlich zurückgegangen. Ich würde so gerne jetzt einspielen, das Lied. Können wir mal gucken, ob wir das nochmal hinbringen. Also ich wäre ja eher so für Sexy Eis mit Sahne. Sexy Eis, Banane hier. Bürger Lars Dietrich. Stimmt ja, okay, aber jetzt nochmal auf die Zahlen, weil Unilever ist ja auch so eine Aktie, die ist ja genauso beliebt wie Nestlé, haben ja viele im Depot. Ja, es ist halt wirklich das Problem, sie sind zu fett geworden. Sie haben eigentlich eine gute Positionierung in sehr vielen Märkten, aber auch da ähnlich wie bei 3M der Bauchladen. 400 Marken, das kriegst du am Ende nicht gemanagt und dann machst du überall ein bisschen, hast nicht den Fokus auf die Marken, mit denen wirklich Geld verdient wird. Und sie haben ja insgesamt fünf Geschäftsbereiche, weil sie machen ja klassische Nahrungsmittel, sie machen Eiscreme, sie haben Kosmetik, sie haben Homecare, also Putzmittel und sie haben Personalcare, alles was mit Beauty zu tun hat. Das ist zu viel und es macht sicherlich Sinn, sich da zu verschlanken an dieser Stelle. Man muss halt nur schauen, dass für Aktionäre auch am Ende dann wirklich noch was hängen bleibt. In Deutschland ist das übrigens wirklich ein Drittel der Umsätze, also die Vertriebsgesellschaft von Unilever, da ist das Eiscreme-Geschäft richtig groß. Und insgesamt reden wir hier immerhin auch über 13 Prozent der Umsätze, die abgespalten werden sollen. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass Unilever irgendetwas abgibt, sondern wir haben das schon mal gesehen, 2018, KKR, wir haben sie in der letzten Sendung gehabt, haben für 6,8 Milliarden Euro das Margarine-Geschäft gekauft. Dann 2022 CVC, die bei Douglas auch drin sind, Alexander DiBelius hier in Deutschland, hat für 4,5 Milliarden das Tee-Geschäft gekauft. Was ist dann aus dem geworden? Liegt das noch bei denen? Das liegt bei denen, wird bei denen entwickelt, braucht ja auch ein bisschen Zeit. Margarine-Geschäft ist auch wohl wirklich schwierig, aber die scheinen ein ganz gutes Management. Ich glaube, die große Zeit von Rama ist vorbei. Was ist denn, ist nicht Rama natürlich, ich weiß gar nicht, welche Margarine das ist. Ja, genau. Und da brauchst du halt die Zeit, aber was hat es für die Aktionäre von Unilever gebracht? Es ist ja nicht so, dass der Konzern seitdem mit einem Rucksack weniger durch die Gegend läuft, sondern nach wie vor kommt die Wertschöpfung alleine aus der Dividende. Das sind halt auch nur 3,8 Prozent pro Jahr aktuell. Die steigt auch nicht mehr, analog zum Gewinn. Der Kurs ist auf dem Niveau von vor sieben Jahren. Für mich spiegelbildlich so ein Ding wie 3M, nur die sich von Unilever deutlich mehr damals hatte. Aber ich habe in den letzten Jahren dann auch jetzt nicht den Trigger gefunden zu sagen, oh, da muss ich jetzt nochmal rein und nochmal rein, nochmal rein. Da wird mehr erforderlich sein als das, was Heinz Schumacher jetzt macht. Da muss man verschlanken, man muss Strukturen vereinfachen. Der große Vorteil, den die zum Beispiel haben gegenüber Bayer, das ist ja eine ähnliche Message, die Bill Anderson immer schickt. Es muss einfacher werden, Strukturen flacher werden, wir müssen sparen in der Verwaltung, bei den Officejobs. Bayer ist unter Druck. Diesen Refinanzierungsdruck, den hat Unilever nicht, weil sie verdienen nach wie vor Geld. Sie müssen nur gucken, dass sie aus dem Portfolio und aus der globalen Aufstellung einfach mal mehr rausholen. Das ist dasselbe Problem, was zum Beispiel auch Danone hat. Super Portfolio, aber richtig schlecht gemanagt. Vielleicht ganz zum Schluss noch, da ist ja auch Ben & Jerry's im Portfolio. Das ist ja eine sehr spezielle Eismarke. Alle kennen sie. Sie ist teuer, sie schmeckt irre. Die haben wahnsinnige Sorten. Ich habe übrigens in Vermont mal deren erste Eisfabrik besichtigt, als wir 2011 da waren. Die kommen ja ein bisschen aus dieser ganzen Hippie-Kommune da in Vermont, diese beiden Gründer. Was ja erstmal cool klingt, jeder Gründer kann ja machen, was er will mit seinem Unternehmen, finde ich, und kann auch in eine politische Richtung. Aber so eine Wokeness, was die dann manchmal, also der Bennett Cohen und Jerry Greenfield an dem Markt liegt, für ein größeres Unternehmen ist das dann eben auch oft politisch schwierig, weil es gibt dann eben auch Gegenbewegungen. Ja, und diese Gegenwinde, die übertragen sich dann nicht nur auf diese eine Marke, Ben & Jerry's, sondern dann relativ schnell auf das gesamte Portfolio. Und deswegen muss Unilever da immer wieder gegensteuern. Wir hatten 2020 diese etwas unverhältnismäßige Forderung zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Afrika. Dann 2021 diesen Boykott israelisch besetzter Gebiete, wo Unilever dann auch zurückrudern musste. 2023 die Forderung nach der Rückgabe von Territorien an Ureinwohner in Australien. Also die hauen halt regelmäßig irgendwas raus, was nichts mit dem Verkauf von Speiseeis zu tun hat, was ein politisches Statement hat, was einer Kleingruppe vielleicht gefällt, aber was mehr Kunden in einem solchen Massenunternehmen verschreckt. Deswegen eigentlich wäre ich der Meinung, man sollte das Eisgeschäft durchaus rausgeben, aber Ben & Jerry's nochmal komplett abspalten. Und das soll man an die Gründer zurückverkaufen und dann sollen die gucken, was sie damit machen und das als hippes Unternehmen weiterführen, aber weg von diesen industriellen Themen. Und ich habe jetzt Hunger auf dieses Peanut Butter Cup Sorte, was sie da machen. Na, ich hätte jetzt gern so ein Magnum Billionaire, Billionaire, weißt du, mit diesem dicken Double-Chock-Überzug. Aber noch können wir nicht essen, wir müssen noch zu einem kleinen Last Call kommen, dann sind wir auch durch für heute. Wir hatten es eingangs erwähnt, wir gucken ja immer wieder auf Luxuskonzerne, auf LVMA, auf Richemont und einer der Luxuskonzerne mit vielen Marken ist Kehring, zu denen unter anderem Gucci gehört. Ja, und die haben jetzt eine Umsatzwarnung herausgegeben. Wie hast du drauf geschaut, hat dich das überrascht? Ja, im ersten Quartal soll der Umsatz um 10 Prozent gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres zurückgehen, wegen der Region Asien-Pazifik. Bei Gucci speziell soll es sogar bis zu 20 Prozent Minus sein. Das bestätigt im Grunde alles, was wir mal in diesem langen Luxus-Deep-Dive hier hatten. Man hat den Brand bei Gucci in den letzten Jahren ziemlich ausgeleiert. Gucci steht für 60 Prozent des Geschäfts von Kehring. Aber du magst die Marke eh nicht so, wie du jetzt die anderen... Nein, nein. Ich finde, es hat halt nicht die Breite wie LVMH und es hat nicht die Exklusivität wie Hermès. Das ist also grundsätzlich schon mal schwierig. Dann kannst du jetzt sagen, okay, das kann man aber kompensieren durch exzellentes Management, wo ich nach wie vor bei Hugo Boss beispielsweise davon ausgehe, auch wenn es nicht Luxus ist, sondern sicherlich Premium Fashion. Aber bei Gucci, Kehring, frage ich mich halt, ist da wirklich ganz oben das richtige Management? Kann Pinot wirklich Krise? Und da haben wir damals schon dran gezweifelt. Und das bestätigt das jetzt auch irgendwie. Sie haben ja mit der Beteiligung an Valentino noch mal richtig Geld rausgehauen. Aber es ist auch wieder nur eine Minderheitsbeteiligung. Das heißt, da ist eine zusätzliche Baustelle, kannst du aber nicht durchgreifen, musst Werte schaffen, die du dir hinterher bei Private Equity noch mal wieder im Weiterverkauf dann anrechnen lassen musst. Das ist alles unglaublich komplex. Ich glaube, dass man Gucci drehen kann, aber das ist eine kreative Geschichte und eine Management-Geschichte. Kreativ sind sie gut aufgestellt mit ihrem neuen Modeschef, der eine tolle Show geliefert hat. Aber bis sich das niederschlägt, wird man abwarten müssen. Und die andere Frage ist, inwieweit diese Zahlen, diese Kommentare von Caring relevant sind für den gesamten Luxusmarkt. Da muss man an der Börse zumindest sagen, sieht man es wirklich als spezifisches Problem von Gucci. Hermes nach dieser Horrorwoche, die bei Gucci ja ein Minus von über 10% gebracht hat. Sogar im Plus und LVMH so 2% im Minus. Da sagt man, es ist etwas, was andere Marken, die besser positioniert sind, die mehr ausgleichen können, vor Ort gut regeln können. Sondern es ist speziell ein Problem bei Caring und Gucci. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war es für heute. Und wir machen eine Woche Osterpause. Also kommende Woche sind wir nicht für Sie da. Da können Sie sich die alten Folgen nochmal anhören. Vielleicht sogar das Luxus-Special, was Christian gerade erwähnt hat. Und Christian, vor dir liegt eine tolle Reise. Zwei Wochen Südafrika. Und ich möchte nicht nur, dass du mir eine Flasche Wein mitbringst von einem dieser fantastischen Weingüter. Ja, in Stellenbosch werde ich da tatsächlich sein. Ich möchte, dass du mir eine Aktie mitbringst. Irgendeine Geschichte, was du siehst. Ist ein sehr spezieller Markt, glaube ich, da unten. Ja, ich habe jetzt vor meiner Abreise noch kurz mich mit Helmut Yonen getroffen, den Waikiki5800 von Instagram, der auch schon mehrfach dort war. Und der in Südafrika mit der NTN Group, also dem Telekommunikationsanbieter, eine langjährige Aktionärsgeschichte hat. Und vielleicht werden wir darüber reden. Aber es kann ja sein, dass ich auch noch was anderes entdecke. Selbst wenn Emerging Markets Aktien für mich ja immer nur dann eine Erinnerung sind an eine Reise und die wandern dann nächstes Jahr ins Depot von meinem Sohn. Also dir gute Reise. Du hast das mehr als verdient. Wir sind natürlich wie immer neidisch und warten und hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Machen Sie es gut und frohe Ostern. Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.